wir kommen zurück zu ich bin gerade fast ausgerastet dieser masaya star hat übelst laut mucke angehabt und holy shit wohin will er denn ne ganz ehrlich nee sorry das wird für eine solo runde nö 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 sorry aber nö das sehe ich fucking nicht ein der typ hat übelst laut muck angehabt ist level 9 und wahrscheinlich der absolute oberspasti dann pinkt der wo er hin will und springt nicht raus was soll denn der mist und da ich spiele wieder octane wie gesagt neue season ich werde ihn jetzt noch so drei vier folgen lang spielen und dann ja ich habe die hässlich den hässlichen hemlock skin drauf weil der season 1 ist obwohl ich meinen eigentlich mehr mag mit der wingman hat die letztendste glück haa blau dran skin es gibt übrigens auch einen schwarzen drachen skin mit goldenen mit goldenen eingravierungen ziemlich geil sieht ziemlich gut aus und ja warum gibt es eigentlich noch kein solo kann mir das mal einer sagen warum gibt es kein solo ich möchte solo haben oh devotion für die devotion der turbo leider ach ja epics epics macht schon spaß wenn ich jemand wäre der kein geld hätte dann würde ich epics glaube ich den ganzen tag spielen aber da ich geld habe und noch andere spiele habe es ist leider ein problem ich bleibe mich mal ein bisschen mit bluten so wie sieht es denn aus brauche ich nicht so viel die mich haben mit das brauche ich auch nicht perfekt schnell 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 ich komme zu euch der wird auch da gesagt wo ist er denn ach der ist da oben ich bin schneller ich bin schneller schneller als everywhere jetzt sollte ich mal langsam aufpassen damit jetzt sollte ich vielleicht mal langsam aufpassen damit so extended mech auch nicht schlecht aber die rüstung war doch bestimmt hier drin ich bin ich ein bin ich ein genius ich bin so ein kluger mensch dass das tut schon weh warum liegt hier schwere munition brauche ich aber nicht okay ein paar sekunden noch warten jetzt geht es richtig los aber jetzt geht es richtig los ich spürs ich spürs das war ganz cool so habe ich mit den waffen viel anfangen kann ich weiß nicht ich habe was auf low range und auf wie heißt denn eigentlich die low range mit range und far range ich weiß nicht oh da kann ich nicht nein sagen zur flatline so ich würde mal sagen wir gehen da hin dann könnten wir vielleicht doch mal alle irgendwie zusammenlaufen man bitte ea macht naja er hat damit nichts zu tun respawn macht das jetzt solo rauskommt oder du es zumindest wenigstens du es obwohl solos eigentlich geiler wäre aber ist egal beides beides gleichzeitig wäre auch gut oh kann ich eigentlich gar nicht leiden ne ich probiere es mal ich kann damit überhaupt nicht überhaupt nicht spielen aber ich muss dem wie sie immer eine chance geben ich meine es ist lila ja eine sache sollte man nicht liegen lassen wo 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 da oben her war schon ich denn niemals da oben Okay, geht der jetzt auch wirklich da durch? Oder hat der jetzt wirklich gewartet? Ich glaube, der hat gewartet, ne? Kost, der hat echt gewartet. Oh, der liegt da noch. Ja, der rätzt, der rätzt, der rätzt. Oh, nein. Der kommt raus. Ja. Du bist der Beste, Bosei. Du bist der Beste. Die Zone kommt, scheiße. Die Zone kommt. Der hat mich nicht wiederbelebt. Danke, 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 danke. Spritze. Oh, 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 ho, 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 bitte. Irgendwie Heilung, Heilung, Heilung. Oh, shit. Alles cool, alles cool. Ich brauche nur Heilung, ich brauche doch nur Heilung. Scheiße, Mann. Scheiße, Mann. Okay, let's go. Das hat gut geholfen, muss ich sagen. Was macht er ja jetzt? Wurrus, beeil dich. Er opfert sich. Der loot doch da nicht wirklich in See in Ruhe, ey. Es war schön, mit dir gespielt zu haben. Ich glaube, der ist afg... Oh nein, der wurde gerufen oder so. Oh, Scheiße. Der lootet nicht mehr, der wird sterben. Ah doch, er nimmt sich jetzt Madpack. Wenn er sich Madpack nimmt, was macht er dann da? Oh, Mann. Oh, Mann. Stimmt ja, der hat ja auch eine Seilrutsche noch. Ja, easy. Das ist der Pathfinder, ich vollhorst. Ich gucke jetzt trotzdem nochmal nach. Brauche ich... Ne, die brauche ich nicht. Oh, was ich mal brauche, ist mal eine Shit-Batterie. Oder ich mache es ganz einfach. Nehme einfach die. Ich bin kluger Junge und so. Das wird auf jeden Fall eine einzelne Folge werden. Die läuft ganz gut. Da muss ich, glaube ich, keine weitere ranhängen. Keine weitere Runde. Zwei Madpacks, drei Schildzellen, sechs... Ja, das ist... Heilung ist auf jeden Fall genug da. Boris, was machst du da hinten? Komm her jetzt. So viel Glück werden wir nicht nochmal haben, dass wir jetzt hier noch überleben. Ich gucke mal, dass den keiner irgendwie... Perfekt. Ach, der wartet jetzt... Gibt mir den Körperschild, du Sau. Komm. Puh. Läuft wirklich nicht schlecht, die Runde. Ah, Munition, Munition. Yep. Perfekt. Ich muss echt sagen, Octane ist einer der... Also wirklich der beste Charakter. Von den weiblichen ist es auf jeden Fall Wraith. Und von den männlichen ist es Octane. Ganz klar. Ganz klar. Bin ja mal gespannt, was da noch so kommt. Ach, ich hab viel zu viel von den Schilddingern hier, ne, eigentlich. Ach, naja, solange ich es mitnehmen kann, ist es okay. Jo, ein bisschen zirkeln ist auch nicht schlecht. Ich komm mal hinterher. Ja. 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 Alter, wie schnell ist er denn bitte ohne Waffe? Der macht eine Fingerpistole. Wie geil ist... Wie geil ist er denn, ey? Er macht einfach die Fingerpistole, weil er keine Waffe hat. Oh, ist da einer? Warte mal. Wäre es nicht eigentlich klug, das hier zu machen? Ich weiß es ja nicht. Drei Squats leben noch. Drei Gegnerische natürlich. Der pinkt wenigstens auch mal was, aber... Ich hab keine Wingman und keine Longbow. Die Longbow mag ich nicht und die Wingman... ...ist nur... ...zu Anfang ganz gut eigentlich für mich. Also... ...ist nur ...ist nicht... ...ist nicht. ...ist nur ein ... republic penetre exp tetts. Huh. Die Frage ist, ist da einer drinnen? Das brauche ich dann auch nicht mehr, das ist Quatsch. Ah. Perfekt. Ja, finde ich deutlich besser. Angenehmer. Können die beiden da mal aufhören, sich gegenseitig irgendwie anzufassen und jetzt mal mitkommen, ey? Ah, sie bewegen sich. Warum hat er eigentlich nur eine weiße Rüstung? Oh, das ist gut, das ist gut. Das ist ja gut. 28 Schuss sind auf jeden Fall ganz geil. Da hinten geht's ab. Ich hab zwei Kills. Die müssen jetzt mal kommen, ey. Die können ja nicht die ganze Zeit oben bleiben. Ob der trifft, ich glaub nicht. Leute, warum bewegt ihr euch denn? Ich wollte jetzt wirklich warten, bis nur noch ein Team da ist. Wind schön und gut, aber ein bisschen Leistung muss auch dabei sein. Ach, ich vollhorst. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Ich weiß nicht, wo die sein könnten, ne? Aber da, wo Boris hingeht, würde ich auch hingehen. Ah, da bin ich grad schlecht. Pingalor, verpiss dich. Ah, ha, ha, ha. Nein! Junge, was macht denn der andere jetzt? Oh, mein Gott, ey. Oh, bitte. Mach das. Tu auch was. Warum hat der überhaupt eine goldene Rüstung gehabt? Oh, Gott. Bitte. Gewinn das Ding jetzt auch. Alter, ist nicht dein scheiß Ernst? Jetzt rennt der weg. Mann, heil dich doch. Warum hat der überhaupt nur eine weiße Rüstung? Das wird doch gar nichts, ey. Haben wir verloren. Aber hey, was soll's. Ja. Kann man mal machen. So ein behinderter Mensch. Der andere, der Bursus, der war gut. Das war ein guter Teammate. Der hat mich sogar noch in der Zone gerätzt. Der, der hätte mich liegen gelassen, der Penner, ey. Und der... Oh, mit einer weißen Rüstung. Was soll man sagen, war trotzdem eine schöne Runde. Wir sehen uns zur nächsten Folge Epyx Legends. Haut rein und tschüss. Bis zum nächsten Mal.